ich habe die kirche übernommen es ging ja noch im süden am baum so ruhig hier ich werde ein booster raus also kopf und booster bei mir da muss der muss zu uns reinkommen kopf und booster bei mir hier in dem kopf ich kann ich kann ich habe doch hier alles gut geht das an dem baum direkt runter gleich er kann nicht alle vier von uns töten ja so wenn ich einen rennen will das war ein baum wir rennen alle drei auf den zug jetzt ist er nicht mehr am baum jetzt kann überall sein links und rechts ich würde ich würde mit der schotten alles klar hat er zu wenig ausgenockt mich hat auch eine helft runter what the fuck was war das denn für ein held das waren das war ein superheld